Ja, moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist mal wieder ein normales Video dran. Warum sage ich normales Video? Ihr könnt das überspringen, was ich jetzt gleich sagen werde, aber trotzdem will ich es sagen, weil es ist wichtig. Auf diesem Kanal wird jetzt nämlich demnächst Until Dawn kommen und auch andere Let's Plays. Aber Leute, das heißt nicht, dass es nur noch Let's Plays gibt. Let's Plays kann ich jeden Tag veröffentlichen, wenn ich die Motivation dazu habe. Aber die normalen Videos sind natürlich immer noch, ja, die normalen Videos. Let's Plays sind einfach nur so ein Nebengeschmack, den ich halt einfach neben meinen normalen Videos mache. Normale Videos haben immer noch Vorrang. Das heißt, wenn zum Beispiel heute wäre jetzt eigentlich ein neuer Until Dawn Part gekommen, wenn jetzt nicht dieses Video hier gekommen wäre. Es ist einfach wichtig, es wird immer noch Live-Projekte und normale Videos geben. Let's Plays sind einfach nur so eine Nebensache für fast tägliche Videos. Und bitte merkt euch das einfach, weil ich kann schon irgendwie in die Zukunft voraussehen, dass das einigen von euch nie so gefallen wird. Aber Leute, vertraut mir. Ich glaube, einige Leute finden das vielleicht cool, solche Dinge und andere nicht so. Wenn ihr natürlich keine Let's Plays sehen wollt, dann müsst ihr die ja auch nicht sehen. Ich zwinge euch ja nur zunächst. Dann könnt ihr ja auch die Glocke aktivieren und dann seht ihr immer, wenn ein normales Video kommt. Das weiß man dann, wenn da nicht irgendwie irgendwas anderes steht. Zum Beispiel jetzt Until Dawn. Aber trotzdem will ich hier noch ein bisschen Werbung machen für das Let's Play Until Dawn, weil ich habe acht Folgen aufgenommen im Voraus und es macht mir wirklich ziemlich Spaß. Es ist das erste Let's Play auf dem Kanal. Also wartet nicht zu viel Professionalität. Aber ja, ich wollte es halt einfach mal machen. Und es ist wirklich, es ist geil, das Spiel. Ich empfehle es euch. Wer noch nicht Until Dawn kennt, umso besser. Guckt es euch an. Außer ihr steht nicht auf Horror. So, ich will euch nicht länger vollquatschen. Guckt euch einfach das Video an. Es ist sehr lustig geworden. Ist zwar schon ein bisschen länger her, seit ich es aufgenommen habe, aber naja. Ach, übrigens. Die Qualität in diesem Video ist nicht die beste, da ich einen Livestream heruntergeladen habe. Also fragt euch nicht. Die Qualität ist kacke. Sorry für das. Hi Leute. Willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sonst seht, ich bin reich geworden. Willkommen zum neuen GTA Video. Wir sind wie immer nicht alleine. Wir haben Mardi da hinten. Ach, warst du ne Überraschung. Dieser Typ mit dem schlechten Anzug. Er hat keinen Geschmack. Und wir haben einen ganz neuen, coolen Charakter. Der ist richtig nice. Richi. Moin Moin. Leute, ihr seht schon, ich bin heute im Anzug unterwegs. Genau gleich wie ein Gitar. Okay. Das hier ist jetzt ein T-Shirt, aber... Es ist voll weird. Ich mache halt einfach einen Stream, werde mir den Stream danach herunterladen. Werd ihn dann auf der Playstation schneiden. Aber ich habe natürlich nicht so ein... Nicht nur so ein richtig geiles Haus. Ich meine, guckt euch mein Haus an. Das ist... Das ist... Das ist krass einfach. Jetzt bin ich Multimilliardär, Alter. Ich habe auch Geld. Was man jetzt dummerweise nicht sieht, weil meine Facecam davor ist. Ja, das habe ich schlau gemacht. Aber ich würde mal sagen, wir gehen raus und gehen erst mal zu meinem Büro. Kann ich euch auch noch zu meinen Arbeitern machen. Keine Ahnung, aber irgendwie ist meine Sitzpose automatisch... Warte, ich habe das Lars-Mobil hier. Nee, 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 nee. Wir sind krasse Gangster. Das benutzen wir da nicht. Mein Licht ist nicht an. Ich werde das ganz kurz anstellen. Alter, wisst ihr was? Weißt du, die Fliege, die kratzt halt auch so übelst. Nee, ich zock einfach... Ich zock mit einem scheißverdammten Anzug. Übrigens, Leute, 500, ne? 500 hat ein bisschen steig gekotzt. Ich habe die Hose nicht an. Abgehoben! Abgehoben! Ja, Leute, Leute, wir machen jetzt... Ah, ja, Madi hat so ein richtig geiles Outfit. Also, warte mal, Leute. Ich bin der Schlag. Ihr kennt ja alle das... Ihr kennt ja alle den Maze-Bank-Tower? Ja, ist das dein Büro? In der Nähe gibt es auch nochmal ein Büro. Das ist jetzt gerade ein Rennen. Oder folgen wir einfach. Das geht natürlich auch. Nee, nee, wir können ja ein spontanes Rennen machen, oder? Nee, nee, nee. Alla! Nicht mein Wagen schrotten, Digga. Das klappt ja gut, Digga. Das ist geil. Ich finde, das sieht geil aus. Boah! Oh, die Richi! Digga! Das war nicht geklappt. Hier, hier ist mein Büro. Das Arkadius-Gebäude. Ja, Junge! Äh, gut. Ich würde mal sagen, ich gehe in mein Büro. Ich war noch nicht drinnen. Ich war noch nicht in meinem Büro drinnen. Fliegerichten, die ist wahrscheinlich nicht gerichtet. Scheiß drauf, Alter. Die juckt. Warum mache ich das eigentlich? Das sieht nice aus. Okay, danke, Assistentin. Warum komme ich erst jetzt rein? Ergibt keinen Sinn, aber... Es ist aufgeräumt. Ja, natürlich. Anders als meins. Bin ich irgendwie zu dumm? So, jetzt. So, Leute. Also, geil. Jetzt kann ich das mal machen. Ich mache einfach gar keine Waffe raus. Ja! Ich bleibe immer noch Legend. Schade, schade, schade. Ja, äh, hat jemand von euch Ideen? Äh, meine Idee wäre natürlich, dass wir ein paar GTA-Missionen machen. Meine wäre Golf. Golf. Ja, wir könnten heute auch Golf spielen, richtig? Meine wäre, äh, Straßenrennen. Das werden die nächsten drei Folgen sein, Leute. Leute, ihr müsst euch bedenken, ihr müsst euch bedenken, Golf ist ein Spiel für richtig reiche, Leute. Und heute sind wir richtig reich. Ich bin nicht reich. Die sitzt nicht richtig, ne? Egal, ich sehe jetzt einfach schon übelst abgehobene Haus. Keine Angst, Leute, das wird jetzt nicht immer so bleiben. Darauf habe ich selbst keinen Bock. Ich habe einen Finger abgeschnitten. Welche Finger ist abgeschnitten? Alles gut, der ist noch dran. Ähm, Touchpad? Ja. Dann gehst du auf, äh, Sekülster. Ich weiß echt nicht, was ich hier alles machen soll. Between my children? Nee, ich mache keine Kinder mit dir. Ich schneide immer noch mit der Playstation übrigens, weil, äh, ich habe mir so eine gute App heruntergeladen, aber die wurde als kostenlos, äh, angegeben. Sie ist natürlich nicht kostenlos. Bruder, was ist denn mit meinem Auto passiert? Ich habe es auch schon lange gefahren. Also, wie ich bin jetzt Golf, ne? Ja. Äh, gut. Leute, Leute, ganz kurz, Leute, ganz kurz, Leute, ganz kurz auf, ähm, no, no, organt. Ich bin zwar der Mitarbeiter, fahre bei einem schöneren Wagen als hier. Leute, wir machen ein Rennen bis zum Golf. Ich bin auch neu, weißt du? Ja, ruhig. Ein Rennen bis zum Golf. Ja, ich werde verlieren. Ja, warte, 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 warte. Warte, ich lasse euch ein. Warte. Okay. Alter, what the fuck? Alter, was habt ihr zu suchen für ein schnelles Auto? Scheiße. Du überholst mich sowieso, Richi. Ich gewinn das jetzt. Come on. Gehen wir nicht. Ja. Nein, Lars, ey. Ey, warte, ich komme. Oh, wie ist das? Wir sehen nicht die Ziellinie. Leute. Wir spielen jetzt Golf. Wie die reichen Säcke. Oh, yeah. Ihr seht echt nicht gut aus in der Kamera, ne? Alter. Was mache ich hier eigentlich? Oh, 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 oh. Ui. Alter, Richi. Hier. Holy man. Ich sehe halt nichts mehr, ne? Wir haben nicht viel Wind. Ja, ja, sagt er das so, weißt du? Was sagt er? Nein, da merke ich nicht. Wir haben wirklich nicht viel Wind. Fuck. Oha. Das ist so weit. Nee, nee, nee. Ja, was soll ich? Wir sind so weit. Oh, jetzt komme ich. Jetzt kommt er. Ist er breit oder nicht? Wir werden es sehen. Okay. So weit. Hey, Marni, willkommen. Hey, wie geht? Das ist, besuch dich mal. Okay, wenn du jetzt triffst, dann hast du eigentlich übelst in den Sieg geholt. Genau, genau. Ja. Außer Wind, mach Auge. Außer Wind, mach Auge. Als ob wir... Guck mal, Mai wird es selbst reinmachen. Nein. Fuck, zu weit. Oh. Hä? Ja. Ey. Wenn ich jetzt nicht reintreffe, Digga, ich dienze dir das Spiel jetzt. Ey, richtig machen. War ein. War ein. Junge, ich dachte, es geht schon los, Digga. Ja, ja. Disqualifiziert. Er wurde disqualifiziert. Aua. Ah, scheiße. Marni gewinnt das. Und ich habe auch keine Markierung mehr. Ich glaube, ich wurde auch disqualifiziert, ne? Bin das? Nein, geht das? Ah. Aua. Und wer gewinnt? Ja. Scheiße, PC. Hey. Moin, Moin. Bei mir ist gar kein... Bei mir ist gar kein... Äh, Ding. Bei mir ist gar nichts gewesen. Ja. Spontane Reden sind scheiße. Ja, äh, hier habe ich mal wieder mal das Neues ausprobiert, nämlich mit Facecam ein Video. Das letzte Mal war das bei Outlast. Oh, stimmt, Outlast muss ich eigentlich auch wieder mal spielen. Bei mir geht es weiter mit Resident Evil. Oh, yeah. Guckt auf jeden Fall auch mal bei Marni vorbei und schrei... Ich gebe euch... In der Beschreibung ist die Nummer von richtig, damit ihr ihn anschreiben könnt, dass er sich auch einen Kanal machen soll. Nein, genau. Nein, das tut's, Digga. Du kannst eben deine... Ich werde jetzt deine Nummer reinpacken. Du kannst meine Nummer reinpacken, mal sehen, was passiert. Das ist die komischste Abmode-Ration, die ich jemals erleben durfte. Ja, jetzt hast du es auch mal erlebt. Äh, gib ein Like für die Ente hier. Jetzt abonniert mich, dann habt ihr die Chance, 3000 Millionen, Quadrillionen GTA-Dollar zu verdienen. Ich will aber Steine. Okay, dann kriegst du Steine. Ja! Leute, ich bringe jetzt vom Dach. Ich bringe jetzt vom Dach, Leute. Nein, Richi! Ich komm mit! Ich hab kaputt, man. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Töne Ich bin, Alter! Töne Ich habe mit, töne Ich habe mit. Woo!